Luke Mockridge sagt geplante Show nach Paralympics-Skandal ab Der Comedian Luke Mockridge hat nach seinem umstrittenen Auftritt bei den Paralympics in Tokio nicht wie geplant bei einer Show in Deutschland aufgetreten. Mockridge hatte bei der Abschlussfeier der Paralympics für Aufsehen gesorgt, als er während einer Performance in einem Rollstuhl auf die Bühne fuhr und sich anschließend als behindert auf Zeit bezeichnete. Diese Äußerungen sorgten für massive Kritik und Empörung in der Öffentlichkeit. Aufgrund der kontroversen Reaktionen entschied sich Mockridge, nicht bei seiner geplanten Show aufzutreten. Er entschuldigte sich öffentlich für sein Verhalten und erklärte, dass er die Situation falsch eingeschätzt habe und es ihm leid tue, wenn er jemanden verletzt oder beleidigt habe. Mockridge betonte, dass er die Paralympics und die Leistungen der Athleten respektiere und seine Äußerungen unangebracht gewesen seien. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Skandal um Luke Mockridge weiterentwickeln wird und ob er in Zukunft noch Konsequenzen für sein Verhalten zu befürchten hat.